Die Planet Wecketech. Stefans Aufwach-Arschtritt. Schönen guten Morgen in 100.3 Bad Herzfeld. Springtime überall in Hessen. Und das bedeutet auch Allergiezeit. Die Nase juckt Pollenfliegen überall. Auch in unserem Schlafzimmer von dem Planet Wecketech-Opfer Lars. Wir werden ihn jetzt knallhart mit unserem Gärtner wecketecken. Und ausgedacht hat sich das sein Kumpel Sven. Warum das denn? Ja, wir drei und Lars sind Betreuer. Und wir haben öfters am Wochenende mal Aktionen, frühs. Und da will er uns einfach nicht aufstehen. Und zeigt uns regelmäßig den Vogel und dafür braucht er jetzt eine Abreibung. Ja, Lars ist eine richtige Pennratte. Und eigentlich ist ja Vogelgezwitscher Sound des Frühlings, aber heute nicht. Heute ist es unsere Motorsense, mit dem wir ihm jetzt knallhart Planet Wecketechen. WORMEL bulletin Yeah. Wir machen ihn mit einem Schluss. Wecketechen uns wiedercken. peten WHAT'S Guten Morgen und nach dem Rasenmähen muss man ein bisschen gießen lassen, damit das Gras wieder gut nachwachsen kann. Du bist Planet Wecketagged mit deinem eigenen Gärtner im Schlafzimmer, der die ganzen Tollen verscheucht. Wie geht's dir? Ich bin beschissen. Warum? Was ist hier los? Erzähl! Vielen Dank.